Wir müssen was sagen, ja klar, wir sind ja auf Sendung. Sagst du zuerst. Was soll ich sagen? Also, wir begrüßen euch herzlich von der Silvesterparty 2009, oder was heißt 2008, Ende 2008 hier in Wolfsburg. Axel Fischer, die alte Säge mit dabei, Marcel, Marcel, mein neuer Manager hier auch. Und ich würde sagen, wir drei werden 2009 am Ballermann mal richtig aufräumen. Wer es nicht glaubt, ihr werdet selber sehen. Axel, du hast das Wort. Ja, also da kann ich ja fast nur zustimmen, sozusagen. Ich hoffe, hier kommen alle vorbei, im Sommer nach Mallorca. Gibt es natürlich auch neue Säge von uns zu hören. Ja, einmal von hinten. Und dann von vorne, dann von der Seite, von rechts, von unten und von der Mitte. Dann ist rechts vorbei. Aber sieg mal, wir werden bis dann noch ein paar ausgraben. Und ich mache Texte mit und wo, okay? Das ist jedenfalls mein Vorsatz fürs neue Jahr, ob es klappt. Naja, wahrscheinlich nicht, oder? Ich will es ja auch versuchen, Axel. Ich will ja auch was mit Niveau. Ja, aber wir müssen ja, du weißt ja, die Leute wollen ja auch was hören. Die Leute wollen was mit Niveau hören. Wenn du denn ein Ballermann jetzt, ja, wenn du denn ein Ballermann was mit Niveau singst, dann wirst du Chris Hinsen verboten. Tja. Marcel? Was ist Luke? Amsterdam, Rai. Dein Kommentar. Jo, passt schon, ne? So, als Manager von Markus musst du jetzt noch ein bisschen Werbung für die Homepages hier. Ja, genau, auf jeden Fall. Also, auf allererstes www.marcuskuhu.de und natürlich auch www.marcuskuhu-fanclub.de. Dann kommt www.axelfischer.info. .info oder... Info, nicht de, Info. Weil es besonders informativ ist. Genau, oder www.axelf.info oder axel-fanclub.de oder myspace.com slash axel-fischer. Nein, oder, 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 oder AXEL-FISHER und dann .info. Ne, das stimmt nicht, das ist nur ein Wort. Scheiße. Ja, scheiße. Oder, wie gesagt, meine Homepage www.marcuskuhu.de, da kriegt ihr die Stars von Mallorca. Schönen Abend noch, 2009, werdet ihr von uns hören und viel Spaß.